Was ist das? Es muss drei Wochen gehen, und dann ist's lecker. Euch hier auf Snapchat kann ich's ja verraten. Ich schau mir jetzt gleich. Winter is coming 3 an. Kennt ihr den Moment, wenn ihr feststellt, dass euer Kopf zu eierförmig für die Snapchat-Filter ist? Wer ist das? Ein Notwatcher für Freunde. Hier in diesem Raum entsteht irgendwann mal ein Behindertenbezieher. Und ich glaub, das wird super. Die lange Rampe des Gesetzes. Die einen putzen die Fenster, und die anderen tauschen sie einfach aus. Wichtige Nachricht. Papa braucht einen neuen Rasierer. Die Qual der Wahl. Und ich hab sie getroffen. Hä? Über mir ist was rotes. Ja genau, das war das Flugzeug, von dem sie einfach waren. Und das war's schon, genau. Okay. Das war mein erster Test einer Virtual Reality-Brille. Innen drin ist das neueste Samsung, und die Brille kostet ungefähr 100 Euro. Was ja nicht so schlimm wär, aber das Handy kostet dann 650 oder 700 Euro, und das ist schon ziemlich viel. Wenn ich Klo putze, heißt das, dass meine Assis für mich das machen. Und ja Kinder, auf der Decke gibt es Spinnen. Ihr könnt nur neibisch sabbern. Das sind zwei riesige Topfenstrudel. Sieht lecker aus. Ist auch ganz gut. Hat aber noch Potential nach oben. Weniger Butter und kein Sauerrahm für die Füllung. Gerade raus aus der Uni. Ich hab bei der Bildungswissenschaften einen Vortrag über persönliche Assistenz gehalten. Und jetzt geht's heim zum Skype-Termin mit NormaloTV. Ja, ich bin endlich gewachsen. Nun bin ich ein Riese. Und die Welt ist klein. Jetzt ist niemand rustig. Was ist passiert, Mann? Mein Finger, jetzt weg. Nein, das ist jetzt weg. Sound on the wall. Die Begegnungszone inmitten von Wien. Die Begegnungszone in den Rhein. What a glorious feeling, I'm happy again. Setup für Frag Mabacher. Kommt morgen auf YouTube. Ab zum Diego5 YouTube Meetup. Mehr Drama, bitte, mehr Drama. Ich bereise die Beste. Mehr Drama, wie es ist. David, nochmal. Es geht schon. 3, 2, 1. Wo werden wir nächsten Dienstag vor 9 Uhr sein? Ich glaub, im Museumsquartier. Ich bin wieder mal zu spät dran, mit meinem Freitagsvideo. Diese Woche gibt es ein Frag Mabacher. Es ist jetzt online. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Mabacher. Bis dann. Ich bin wieder draußen. Ich bin das Fitness. Ich bin ein Frag Mabacher. Ich bin der Vorreiser. Ich bin sehr Team Körnl. Ich bin ein Frag Mabacher. Ich bin ja in der Vorreiser. Ich bin ja in der Vorreisin. Dann bauen wir noch mal. Wir machen noch mal sehr. Wir fahren ein. Ich bin der Vorreiser. Ich bin ein Frag Mabacher. Ich bin dem am Flugzeug. Nein, du hast überhaupt nicht gewartet. Es geht, wir machen sich wieder ein Frag Mabacher. Untertitelung des ZDF, 2020